Hallo, mein Name ist Axel Budders. Ich bin Geschäftsführer bei der Leibold GmbH hier in Köln. Ich möchte kurz darlegen, warum für uns als Betrieb Ausbildung so wichtig ist. Zum einen herrscht ein Fachkräftemangel und wir wollen mit der Ausbildung qualifizierte Fachkräfte an unseren Unternehmen binden. Wir machen das wie folgt, indem die Azubis früh an relevante und wichtige Aufgaben herangeführt werden und somit integraler Anteil unserer Belegschaft werden. Das schafft Identifikation, Loyalität auf beiden Seiten und auch die nötige Vernetzung, die später notwendig sein wird. Warum sollten junge Leute eine Ausbildung überhaupt beginnen? Zum einen, um praktische Erfahrung zu sammeln und als Team im Unternehmen tätig zu werden. Dabei stehen ihnen erfahrene Ausbilder zur Seite und am Ende des Tages verdient man in der Ausbildung natürlich auch Geld. Auch bei uns hat sich die Ausbildung in Zeiten von Corona verändert. Wir haben am Standort sehr, sehr stringente Corona-Schutzmaßnahmen und auch betriebliche Regelungen, die uns in die Lage versetzt haben, unsere gewerbliche Ausbildung vor Ort weiterzuführen. Die kaufmännischen Azubis waren größtenteils im Homeoffice, bei Bedarf natürlich auch hier. Und ja, es freut mich mitzuteilen, dass alle unsere Azubis ihre Zwischen- und Abschlussprüfung erfolgreich bestanden haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie, wenn wir Euch als Azubis bei uns begrüßen dürfen in nahe Zukunft.